Lamy hat mich herausgefordert diese Obby zu spielen und wenn ich am Ende gewinne bekomme ich 500 Euro. Also los geht's. Okay, dann gehe ich einfach geradeaus. Like gerne das Video und abonniere meinen Kanal, damit ich die 500 Abos erreiche. Danke. John, join the 40 million events now. Close message, äh ja, close message. Sorry wegen meinen krassen Englischkenntnissen. Ich verstehe Englisch, aber ich kann nicht Englisch reden. Und du kannst du Englisch reden? Schreib es in die Kommentare. Auf jeden Fall bin ich gerade an Stage 31. War ich da nicht schon am Anfang? Egal, einfach weiter. Vielleicht ist es ja die nächste Stage, äh Stage 32, gell? Die Sorbi ist vielleicht gleich. Endlich Stage 32, hä? Mach jetzt einfach einen kleinen Timeskip. Können wir mal gucken, ob ich dann immer noch bei Stage 31 bin. Los. Hast du eigentlich schon was getrunken? Trinken ist wichtig, krieg mal was. Nimm kurz ein bisschen zurück und geh was trinken. Jetzt aber Stage 32. Hä? Ich check das nicht, äh, lieber einfach am Weg, ja. Ich, wie, hä? Warum bin ich immer noch Stage 31? Wie funktioniert das? Schreibt mal in die Kommentare, was ich falsch mache. Hä? Ich check das nicht. Egal was ich mache, trotzdem bin ich Level 31, also Stage 31. Äh, wenn ich bei der nächsten Stage das nicht ändere, also 31 Stage, dann könnte ich einfach das Video. Hä? Ich bin doch niemals schon, äh, also Stage 31. Da steht sogar hart, ich bin im Easy Level. Hätte ich doch schon gewonnen. Das ist unfair. Ich könnte ja mal gleich. Okay, wenn jetzt das nicht 31 ist, dann, also 32, dann könnte ich. Ich halte ein Wort. Ciao. Hier sind weitere Videos. Und da 5 eher什麼. Kommt. Nein!